Die Saison bisher lief auch recht gut, haben gut abgeliefert bei Europameisterschaft und Weltmeisterschaft und wir sind jetzt froh, dass wir fast am Ziel sind. Ich habe mich jetzt auch lange auf den Sport, auf die Ziele im Sport vorbereitet und ich möchte das jetzt noch durchziehen auf jeden Fall und mein Ziel bei den Olympischen Spielen erreichen. Was ich jetzt in Rio und London erlebt habe mit dem Drumherum, dass man mit anderen Sportlern in Kontakt kommt, und das Olympische Flair wird schon ein bisschen verloren gehen, denke ich, weil wir wirklich nur vom Olympischen Dorf an die Regattastrecke dürfen und wieder zurück. Ich mag das schon sehr, weil mich pusht das schon, wenn die Tribüne voll ist, wenn ich weiß, okay, gleich toben die Massen und werden einen unterstützen. Wir müssen einfach gucken, dass wir das Beste rausholen, unser bestes Rennen zeigen und dann gucken, wofür es reicht. Ich glaube, es wird sehr davon abhängig sein, wie der Zweier läuft, die da eine Medaille holen, kommen dann, wie ich das in Rio schon erlebt habe, auch in so einen Flow und dann fällt natürlich einiges dann auch einfacher.